servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute noch mit einem kleinen gold tipp für alle von euch die world of warcraft remix mists of pandaria spielen denn darüber kann man tatsächlich auch seine kasse für retail ein bisschen aufbessern und das alles relativ einfach über diese edelsteine was ich tatsächlich nicht wusste ist die tatsache dass man diese steine traden kann also tatsächlich kein scheiß ich habe da nie darauf geachtet und hätte gedacht das ginge nicht aber wir nutzen jetzt mal denny arigos der hier auf dem boden sitzt und sehen ich kann diese steine zu ihm ins handelsfester ziehen während hingen gegen diese tüftler socke die gehen nicht man kann also diese steinchen traden und genau das könnt ihr euch zu nutze machen wenn ihr jetzt richtig richtig viele davon habt und sagt keine ahnung ich spiel remix eh nicht mehr dann es gibt mittlerweile tatsächlich auf großen servern seller die euch diese dinger abkaufen sachen gibt sie gibt es nicht aber gibt es tatsächlich was wichtig dazu zu beachten ist ist die tatsache dass ihr wie soll ich sagen server übergreifend handeln könnt innerhalb einer region wie ihr wollt und ihr könnt auch zwischen servern hin und her swappen allerdings diese handelschats die sind auf ein ramp pool spezifiziert heißt wenn ich jetzt auf achara spiele ist die chance dass ich jemanden findet der mir die dinge abkauft sehr sehr gering ihr müsstet dafür dann schauen euch auf einem server wie hier zeit population dass wir zum beispiel der deutsche server pool mit den meisten leuten blackhand axel kessel mal garnis terra dass ihr da in diesem handels in diesem dienste chat sucht jemanden findet euch mit ihm verabredet und dann könnt ihr die edelsteine tauschen oder ihr spielt eh schon auf so einem server wo da viel los ist hier auf achara ist es kann ich euch sagen definitiv nicht der fall danach was wohl eine übliche rate ist an gold die man bekommen kann für einen perfekten edelstein je nachdem welcher es ist also ich gehe mal davon aus dass diese die euch geschwindigkeit oder lebensraub geben nicht so hoch nachgefragt sind wie welche mit weiß ich nicht mastery hast krit und so weiter aber es sind wohl möglich 1000 bis 1500 gold pro edelstein wenn ihr da richtig viel gefarmt habt und jetzt sagt wo auch keine ahnung ich habe keinen bock mehr zu spielen und ihr habt 50 von den dingern rumliegen ja dann könnt ihr sie verticken und noch weiß ich nicht 50.000 gold am ende damit machen euch juckt ist ja nicht großartig das einzige was ihr beachten müsst ist wie gesagt wirklich wenn auf eurem serverpool im handelsstand nichts los ist versucht hierüber jemanden zu finden halt auch auf den englischsprachigen servern da könnte noch mal mehr los sein mit denen könnt ihr auch handeln dann tauscht ihr kontaktdaten aus in irgendeiner form und dann kommt der part der es ein bisschen schwierig macht ihr müsst euch gegenseitig vertrauen denn ihr könnt zwar items hier handeln in remix wie die edelsteine ihr könnt aber nicht gold handeln das heißt ihr müsst entweder zuerst dem verkäufer oder dem käufer euren edelstein in retail in die hand drücken äh in remix dann lockt ihr auf einen retail char und er gibt euch dort das gold oder ihr macht es halt genau andersrum ihr kriegt erst das gold und tauscht dann die edelsteine in remix oder ihr macht hälfte hälfte whatever keine ahnung das ist der weg wie es funktioniert anders geht es leider nicht aber ja wie ich gelesen habe diese steinchen kann man scheinbar ganz gut zu gold machen viele spieler auch auf reddit scheinen das zu tun ich hatte davon überhaupt keine ahnung also falls ihr da noch was rumfliegen habt nutzt es sobald remix am ende dann aufhört und das sind ja auch nur noch rund drei wochen dann habt ihr davon eh nix mehr die dinger sind dann weg und peng von daher vielleicht lieber so machen als andersrum damit danke an euch fürs zusehen schreibt gerne in die kommentare habt ihr das schon mal ausprobiert hat das bei euch geklappt ich bin gespannt bis dahin ab eine gute zeit und reingehauen